Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier beim Bastler of Disaster. Heute ein Video aus der Rubrik Quickie of Disaster und heute günstlich artenfremd, denn heute geht es hier rum. Was es mit diesem Autoschlüssel auf sich hat, nach dem Intro. Ja Freunde, das Video heute ist vielleicht etwas speziell, aber vielleicht ist es doch für den einen oder anderen hilfreich. Es geht im Speziellen um eine schlüssellose Fernbedienung für einen Honda und ja, die Technik rast ja so voran. Ich kann mich noch erinnern, mein erstes Auto, das hatte noch nicht einmal eine Zentralverriegelung. Wenn man die Beifahrertür entriegeln wollte, musste man sich rüberlehnen oder schlimmer noch. Die hinteren Sitze musste man sich ordentlich verrenken, um einen kleinen Bibbel aus der Tür hochzuziehen, um damit die Tür zu entriegeln. Später gab es eine Zentralverriegelung, das war richtig gut. Einmal schließen und alle Türen waren auf und noch etwas später gab es sogar eine Fernbedienung. Das war ein richtiger Segen. Wenn man zum Beispiel blitzeblau aus der Kneipe kam, hat man nicht mehr den Lachser kratzt. Ja, Spaß beiseite. Heute geht es aber um eine schlüssellose Fernbedienung. Wer nicht weiß, was das ist, heute kann man den Schlüssel bequem in der Hosentasche lassen. An der Tür ist ein Sensor und wenn ich den Griff anfasse, wird die Tür geöffnet. Oder ich kann auch per Sensordruck die Tür verschließen. Allerdings hat das Ganze einen Nachteil. Das hatte ich in den ganzen Jahren bei der normalen Fernbedienung nicht. Und zwar folgendes. So, hier nochmal zur Demonstration. Wenn ich nur den Griff anfasse, öffnet sich die Tür und hier ist eine Sensorfläche. Damit kann ich auch wieder abschließen. Auch das Auto selber kann ich per Knopfdruck einfach einschalten und auch starten. Aber früher oder später wird einem diese Anzeige präsentiert. Und darum soll es heute gehen. Und ihr habt es gesehen. Holla, die Waldfee. Was für eine Technik. Das Auto erkennt automatisch, dass hier die Batterie gewechselt werden muss. Das war bisher noch nie Thema, weil früher haben die Fernbedienung nur dann Strom gebraucht, wenn ich auch hier auf den Knopf gedrückt habe. Jetzt ist wahrscheinlich eine ständige Kommunikation. Die braucht natürlich mehr Strom. Ja, das Auto ist jetzt ungefähr zwei Jahre alt. Also ungefähr alle zwei Jahre kommt hier die Batterie. Und ja, immer wenn man so ein Gehäuse hat, was ja scheinbar nirgendwo verschlossen ist, keine Schrauben oder sonst irgendwas, muss man immer vorsichtig aufhebeln und meistens bricht man irgendwelche Nasen ab. Damit das nicht passiert, zeige ich euch, wie man hier die Batterien wechselt. Als Batterie braucht man eine CH3032. Die sind recht verbreitet. Die findet man im PC als Bufferbatterie für den Ohr oder in Küchenwagen oder Personenwagen. Oder halt auch hier in solch einer Fernbedienung. Ich verlinke euch mal einen Satz Batterien. Das ist ein 10er Pack. Man kann sie immer mal gebrauchen unten in der Videobeschreibung. So, und jetzt drehe ich euch mal rum und zeige euch, wie man hier diesen Schlüssel öffnet. So, also ich habe jetzt hier den Schlüssel und auch hier schon meine neue Batterie. Und zwar öffne ich diesen Schlüssel werkzeuglos. Und zwar hat dieser Schlüssel hier versteckt noch einen Notschlüssel. Unten ist ein kleiner Hebel und dann kann ich hier einen Notschlüssel rausziehen. Im Fall, meine Batterie ist mal doch gänzlich leer. So, und dieser Schlüssel, der dient mir jetzt als Werkzeug zum Öffnen des Schlüsselgehäuses. Und hier kann man sehen, es sind zwei Verstärkungen. Und da dazwischen passt genau mein Schlüssel. Den kann ich dort dazwischen stecken. Und dann drehe ich den Schlüssel einfach. Und schwupp ist mein Gehäuse offen. Danach entferne ich die Batterie. Hier sind kleine Plastikhaken, die halten die Batterie fest. Und ich brauche die Batterie nur hochzudrücken und eine neue einzusetzen. Und dann setze ich die zwei Hälften wieder übereinander. Und drücke sie einfach zusammen. So. Der Notschlüssel kommt wieder rein. Und das war's. Ja, ja, ich weiß, was einige sagen werden. Note 6 hier am Thema des Kanals vorbei. Aber das hat mich jetzt gerade beschäftigt. Und vielleicht ist es doch für den einen oder anderen hilfreich. Man könnte auch den lokalen Mittelstand fördern und geht in sein Autohaus des Vertrauens und hinterlässt da ein paar Euro. Und dann machen die das für einen. Ja, damit möchte ich mich auch nicht länger aufhalten. Und dann, wie immer am Ende des Videos, lasst mir ein Like da, drückt den Abo-Knopf, macht die Glocke an und schaltet wieder ein. Wenn es wieder heißt, hier ist der Bastel of Disaster.